So, voilà. Da ist noch da drüben. Kante. So. Äh, nee. Äh, nee. Äh, nee. No. Haha. No, no. Okay. Überhack. Das ist mir auch schon bewusst, aber... Ähm... Best Versteck ever. Ich seh dich. Kuckuck. Hello. Haha. Kuckuckuck. Pardon, das wollte ich nicht. Verdammt. Komm schon raus. Das muss ein Mensch sein. Es muss ein Mensch sein. Dann vertragen wir das mal ein bisschen mit dem rumwandern. Wie wird Hilfe das? Do it. Do it better. Schnapp ihn dir. Er hat da meinen Schrank gebrochen. Do it. Du bist. Sehr gut. Let me play with the song of my people, bitch. High five better. Kommt das auch auf meinen Schrank rücken. Komm. Du bist. Du bist. Du bist für Mama. Hahaha. Mh. Mh. Alien high five. Hahaha. Ja. Es reicht. Irgendwann wird's eklig. Not nice. Börter Schwach. Börter Schwach. Du kommst jetzt hier hin. Shit. Börter Schwach. Boah. Bitte, 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 bitte. Nicht, nicht nach links. Nicht nach links. Dreh dich nach rechts um. Nach rechts. Buck das gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Überhaupt nicht. Ich lasse euch mal im Chat in Ruhe und ich versuche hier weiterzukommen, mich mit Börter ein bisschen zu beliebäugeln. Und ja, wir nennen das Alien jetzt Börter. Ich bin sogar direkt am Ausgang. Ist das nicht schade? Nein. Hahaha. Ich muss jetzt zurücklaufen. Mach mal das Speicherboom. Danke Katze. Willst ihr noch meinen... Stala. Oh, cut!